Was ist das? Ich bin mir so sicher, dass er jetzt einen S macht. Ja, ich bin mir auch so sicher, aber ich erinnere mich jetzt genau dran, das hat er später in der Demo gezeigt, dass er da Headshot durch die Wand bekommt von dem zweiten. Er kriegt irgendwie... Joe Overpeak leider. Jetzt hier, genau. Der hatte eben einfach so mit Left Eye Peek war das. Oder er hatte Vorteile auf jeden Fall. Er hat auf jeden Fall richtig rumgeschrien, nachdem er gestorben ist. Das war eine bittere Runde. Was war das für ein Unterschied? So, wo bin ich denn hier überhaupt? Ah, ich bin Colts. Nee, dann aided er ihn, ne? Ja, genau. Ja, genau. Ich bin aktuell schon voll genaded. Ich wusste, dass er durchgeklüßen wird. Ach, Tizzi, das ist deine Runde. Ja. Nein! Das war auch überknapp. Ja. Er hat mich auch... Er hat mich auch ein bisschen gelackt, so. Ich weiß nicht, was ich da besser machen soll. Weil ich wusste eigentlich, dass er durchzieht, nachdem ich getreferred hab einmal. Ja, ja. Ich denke, du kannst ihn einfach, wenn dann einfach nur umschießen, so. Nee. Das war... Wahrscheinlich wollte ich jetzt eigentlich so einen mächtigen Backflame. Was? Was? Guck mal, wie da sein Kopf fällt so. Ach, das ist die Runde. Und der Y-Spieler. Ja, ja, ja. Ach, die Runde ist das genau. Ach, Amanek, der smoked sich jetzt und rennt einfach aus der Smoke raus. Ja, völlig verrückt. Eilig. Owen hat die Runde schon aufgegeben. Er wollte einfach nur den für Picken weg. Ja. Nein, das ist insane. Also das ist auch insane schlecht von Amanek auf jeden Fall. Denn diese Runde kann man eigentlich niemals verlieren. Ja. Die müssen wir nochmal angucken. Ja. Also guck mal, hier lag auf jeden Fall eine ganz D für CT Base Small. Die hier. Die ganze Ding. Sieht man am Anfang des Clips. Ja, ich hab mir die Runde angeguckt. Da hast du rechts durch. Deswegen denkt der Y-Spieler, dass da nicht Base durch ist. Genau. Es ist unglaubliches Time-Luck auf jeden Fall. Also, weil genau Kenny... Kenny ist da hinten. Ja, genau. Der denkt, er ist nicht durch und hält jetzt die ganze Zeit CT Base. Der hat die nicht auf dem Schirm. Aber genau hier hätte Ohn eigentlich nicht schießen dürfen. Weil er sieht ihn, dass er da Y sitzt und in die Richtung aimt. Das heißt, er kann auf jeden Fall erstmal... Also, er muss ihn nicht killen. Er kann erstmal den anderen suchen. Vielleicht ist er Dark, vielleicht ist er Banane, ne? Und es ist scheißegal, was er macht. Aber nicht rausrennen aus dieser Smoke, ne? Er rennt leider aus seiner eigenen Smoke. Ja, Amanek. Was soll man da noch sagen? Ja. Hast du das Turnier gewonnen, aber die Situation war leider nicht so gut von dem Schwerter. Ja, war leider nicht schlecht, ja. Ja. Ich werd geprägt, Alter Scheiße. Ist das die Runde, wo er von Cat Retag, die war insane. Ja, ja, ja. Ist das die? Ja, er ist auch gleich 1hp, oder? Ja. 4hp. Gebt ihm irgendwie One-Shot. Aber ich wusste, dass er die Runde jetzt holt. Ja, danach wusste ich auch, dass er... Oh mein Gott, wie er da runterdroppt. Ich hab... Ja, genau mit den 4hp. Ich dachte auch, er ist einfach so zu excited und springt da einfach so runter oder so. Also, mir ist kurz das Herz in die Hose gerutscht, als ich gesehen hab, wie er hier drauf... Übertrieben krasse Runde auf jeden Fall. So eine Runde kann nur Can holen halt mit diesen Headshots, die kann kein anderer Spieler auf der Welt holen. Das ist gut. Wenn man gegen ihn klatscht, die Gegner geben auf, so gefühlt. Ja, genau. Oder ist es einfach... Das ist genau so, wie wenn du gegen Saibu spielen musst. Dann ist es auch halt... Du spielst so ein 1-on-3 und dann... Guck mal, wie Joe guckt. Oh, Casinos Clothing Girl. Ja, guck mal, wie Joe guckt. Bin ich das? Wie seh ich denn aus? Wie seh ich denn aus? Wie so ein kleiner... Nicht nass, die zwei ist... Okay, nächstes Zettel. Oh, das war ja auch. Das war ja auch. Ach, das war die Runde ja. Ja. Das ist ein gutes Wundern-Wundern-Wundern. Auf jeden Fall. Aber ich muss gleich. Wenn der andere Zettel sich immer... Wenn der andere Zettel sich immer... Wenn der andere Zettel sich immer... Oder sich ein bisschen zu schlecht zeigt... Dann ist das leichtes Wundern-Wundern eigentlich am Ende. Aber hat Owen auch gut gespielt so. Er ist ein sehr guter Klatscher. Ja, Owen muss man auch sagen. Er ist auch ein sehr guter Klatscher. Er gewinnt diese Runden auch sehr oft. Er ist ein sehr guter Klatscher. Gut geklatscht. Gut geklatscht. Gut geklatscht. Garde. Garde. Ich glaube, man spricht das Geld aus. Ja, ist mir egal. Er ist ein Gate. Hahaha. Okay, also Gate-102-Klatscher. Die Post-Plan-Situation. Können wir vielleicht noch besser spielen. Er ist halt unbekannt. Er kann überall sein gerade. Ja. Und wenn er jetzt anscheinend... Ja, Jarosch ist ja bekannt. Das kann er perfekt spielen eigentlich. Ja, John kann vielleicht ein bisschen mini-steppen. Vielleicht nicht so all-in gehen dort. Aber es war auch... Wie lange tickt die Bombe noch? Tickt noch so was? 15 Sekunden oder so? Kommt schon ein bisschen Pressure auf wahrscheinlich. Aber guck, was interessant ist jetzt. Unabhängig... Also, was interessant ist. Guck dir seine Reaktion an. Seine? Nee. Von Garde? Garde? Nee, nix halt einfach überhaupt nicht. Der labert auch irgendwas. Genau, aber das haben die hundertprozentig daran arbeiten. Die halt so, ne? Weißt du? Ja, ich hab das schon gesehen. Auch wenn er zum Beispiel... Ich hab das das letzte Mal auch gesehen, als wir Pro League gegen sie gespielt haben. Dass der einfach nur... Der grinst so ein bisschen. Atmet durch. Der macht so ne Atemtechnik oder so. Der hat da auf jeden Fall drauf. Die halten sich die ganze Zeit so... Lass mal versuchen, Lippen zu lesen. Was er da noch sagt, okay? Ja. Ich kann ein bisschen Dänisch. Mann sind die scheiße. Ja, das hat er gesagt. Und denkt sich das Gleiche. Ja, wir. Der senkt wir. Mann sind die scheiße hat er gesagt. Uh. Ich leb. Ja. Ich leb auch mal in der Szene. Ja. Ich werd gewonnen auf 3. Das ist natürlich sehr geil. Glauben ich. Ich hab nen Flank. Ich hab nen Pulli auf einer Anschein. Cool. Nice. Der hat so ein komisches Aiming, ne? Er ist einfach krass. Was ist denn da passiert? Das ist einfach krass, aber sein Aiming ist so crazy. War ja Fenster bekannt? Ich denke nicht, oder? Hierbei... Ne, chillt da oben im Fenster. Immer noch kein Kontakt. 2.000 Jahre später Ne, wissen's immer noch nicht, ne? Okay, jetzt wissen wir es dann. Wer ist das? Der erste war Joe. Und der zweite? Und der Rampe war Owen. Ja, Owen hätte wahrscheinlich einfach warten müssen. Auf den letzten, wer war das? Ja. Er hätte danach chillen müssen. Aber der Gegner, der kann eigentlich nur noch da sein so. Weil Sink ist geklärt. Ein Mate kam jetzt auch. Er war schon mal unter dem Sport wenigstens. Ja stimmt. Okay, aber manchmal fehlt dann so, weißt du, wenn es dann so... Ja klar. Wenn unter Druck, dann fehlt mal so ein bisschen Übersicht. Aber zumindest, was man hätte machen können, halt nachdem er dann bekannt ist, hätte Owen nicht mehr gegen ihn sterben dürfen. Er hätte auch warten müssen einfach, ne? Ja, das ging schon ziemlich zackig hier. Ja. So. Die Tür raus auf Kontakt. Das ging schon mal anders. Schöne an hat Molli auch. Ja, das ging schon mal anders. Schöne an hat Molli auch. Ja, das ging schon mal anders. Ja, das ging schon mal anders. Schöne an hat Molli auch. Okay, wieder versich so ein bisschen. Ja. Ich denke wir haben schon kombiniert. Ja, das ist die Runde. Ja, genau. Ja, das war sehr gut. Ja, das war sehr gut. Ja, das ist die Runde. Boah, die war schon sick von Jan auf jeden Fall. Die war sick von Jan auf jeden Fall. Die war sick von Jan. Das ist dieser Deathmatch-Seil. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ist nur so cool gedreht, wenn man 360 gemacht hat. Ja, die war krass. Nice. Sick Runde, Mann. Boah, ich finde das sieht immer voll elegant aus, wenn er diesen... Weil er diesen Drehger macht? Wie so ein Ballerina. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, total schön. Also... Ich habe das Gefühl, dass Jean... Stimmt. Ne, aus diesem Fenster raus muss ich die gleiche spielen. Okay. Okay. Ach, das war die Runde. Wo dann los geht. Schreit. Schreit. Es sieht immer total geil aus, wenn er sich die Runde holt. Und dann guckt er immer nach oben. Und schreit. Ja, so? Geil. Cool. Okay. Das ist halt wie so eine... Trauma... Wie heißt, ob man das alles nochmal durchleben muss. Ja, echt ohne Scheiß. Wozu uns hier... Zwingt hier, ja? Traumabewältigung. Das war das. Ja. Hätte er nicht gebankt, wäre die Runde nicht so einfach geworden mit der A-Wiff und Connector, glaube ich. Ne. Oh. Was? Das hat er gut gespielt. Das hat er gut gespielt. Das hat er gut gespielt, aber... Äh... Hätten vielleicht sogar hören können. Äh... Ja... Was soll man sagen? Leichter Klatsch? Was heißt leichter Klatsch? Einer legt er halt durch. Er muss nur einen töten. Er hätte auch einfach den Planter mit einem Schuss töten können. Dann hätten wir auch die Runde verloren. Ja, genau. Aber es waren sehr viele... Alle und zwei gegen uns. Tizzi war hier. Ne, ne, ne. Ich bin schon wieder tot. Ach, das war die Runde. Hey, aber... Ah, da geht das so hoch. Es waren so knappe Matches auch alles, ne? Ja. Wieder 14, 13, aber die Runde holen wir. Tracey, wir haben uns leider keiner belohnt für diese... Für diese krassen Klatsches, ne? Wir gewinnen so viele Klatsches, aber wir gewinnen... Ja, wir verlieren auch viele natürlich, aber... Die zeigen jetzt natürlich nicht, ne? Ja, natürlich nicht. Wir zeigen nur unsere Klatsches, ne? Ja. Erstens, wenn Johannes Lehner ist das so verdammt, der macht hier die Regie. Fahm warm. Wir haben aber auch Klatsches von anderen geguckt gerade an. Ah, das war süß. Ne, das war aber richtig nice von oben. Guck mal, da siehst du, er hat die Garde cool, das... Wenn er gleich den holt, oder? Warte, echt? Ja, guck dir den an, warte. Jetzt. Der war bestimmt Hilt. Wer? Zumuja? Hallo, Owen? Wo bist du? Ja, ich komme schon. Ich mache jetzt einige Videos. Und? Ja, ich komme aus, damit du mich hörst. Ich bin jetzt live auf der Kamera. Ja, ich bin jetzt live auf dem Video. Ich werde sofort kurz enden. Ich werde einfach mal kurz enden. Ich werde jetzt mal kurz enden. Ja, ich mache noch content mit meinem Freund Tobi und Johannes. Ja, du kannst jetzt eigentlich auf dem Video sein. Wir haben gerade nur über 15 Minuten. Ich denke, ich werde da in etwa 20 Minuten sein. Oder 10 Minuten? Nein. 15 Minuten. 15 Minuten, ja. Ja. 15 Minuten. Ja. Ja. Ich werde jetzt hier. Peace. 15 Minuten. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020